Und ich sag nur ganz kurz vor dem Video, es ist ein kleines Gewinnspiel damit verbunden. Das heißt, wer den Fehler entdeckt, kriegt sofort ein Bier ausgegeben. Okay, mehr verrate ich nicht. Hier. Okay, der Clip läuft. Okay, der Clip läuft. So, das war es schon. Jetzt sag ich noch zwei kurze Worte dazu. Das Video selber ist entstanden beim vergeblichen Versuch, eine Badezimmertür zu öffnen. Okay, mehr gebe ich aus Datenschutzgründen nicht frei. Zur Konferenz selber, also ihr habt gesehen, öffentliche Veranstaltung im Rahmen dieser Konferenz am 6. und 7. Dezember. Was wir versuchen bei der Stiftung ist, internationale Aktivisten zusammenzubringen für ein ganzes Wochenende. 40 Menschen aus Südafrika, Nordafrika, Südosteuropa, Türkei, USA kommen zusammen, machen Workshops zusammen, beraten sich, machen Strategien. Wir machen einen Abend hier gemeinsam mit der Seabase Digitalen Gesellschaft Berliner Gazette veranstaltet das am 7. Und zwar sprechen wir über Amazon, Jeff Bezos und so weiter und so weiter. Ihr wisst, sowohl unabhängige Internetportale, die eine ganz andere Arbeit von Pressearbeit betreiben, das also am Freitagabend, den 6. hier. Am 7. im Main Pirates, das ist ein Ort, Schlesisches Tor, direkt hinter dem Watergate, findet statt Whatever Happened to Privacy, unter anderem mit Sonja Mikic, Jacob Applebaum und weiteren. Wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Es geht um 10 Uhr los, bis abends 19 Uhr und das war's. Und wenn ein Fehler entdeckt hat, können wir Bescheid sagen. Dankeschön. Gut, vielen Dank. Ich glaube, du hast deinen Zettel vergessen, oder? Vielen Dank.